Meine Hauptaufgabe ist eigentlich Support. Das heisst, wir bekommen die Wahl oder Pickets von Kunden und wir müssen diese auswechseln. Zum Beispiel PCs, Procurs und so weiter. Ich würde sagen, zusammengefasst schauen, dass alles funktioniert. Benutzer unterstützen und instruieren. Und auch wenn etwas nicht funktioniert, schauen, dass es wieder funktioniert. Als Cool würde ich sagen, dass wir auf einer Seite nicht ganz Informatik zu tun haben. Das Cool an meinem Beruf ist auf jeden Fall der Kundenkontakt, dass ich viel mehr kunde. Ich würde sagen, die Vielfältigkeit. Jeden Tag erlebt man neue Sachen und auch den Kundenkontakt. Für den Beruf sollte man ganz sicher teamfähig sein. Man muss geduldig sein, dass nicht jeder Kunde am gleichen Level ist. Ich glaube, man muss gerne Kontakt zu Menschen haben und auch gerne Informatik haben. Man kann an Problemen dranbleiben und eine Lösung finden. Meine Freunde denken vor allem, dass ich viel Zug fahre, dass ich viel unterwegs bin. Ich arbeite auch in Bern, Basel und Luzern. Meine Kollegen wissen, dass ich im Bereich Informatik arbeite. Aber irgendwann bekomme ich einfach so ein Call, dass es genug ist, dass es einfach so mitgeht. Und ich bin der erste Person, dass sie einfach so kontaktiert. Ich bin der erste Person, dass sie einfach so kontaktiert. Ich bin der ersten Person, dass sie einfach zu��다 und verschlebt.